Hey ihr Lieben, schön dass ihr wieder da seid. In dieser Anleitung zeige ich euch einmal einen Trick, wie ihr euer iPad lauter einstellen könnt, das heißt auf die Maximallautstärke einstellen könnt, denn da gibt es wie gesagt einen kleinen Trick, dass man die Lautstärke noch erhöhen kann. Dazu gehen wir in die Einstellung einmal rein und dann scrollen wir hier runter bis wir zu dem Punkt Musik kommen. Der ist hier, da gehen wir einmal drauf und jetzt gucken wir hier auf dieser Seite einmal nach dem Punkt EQ für Equalizer. Da drücken wir einmal drauf und jetzt haben wir hier eine ganze Liste von Equalizern sozusagen. Standardmäßig ist das ausgeschaltet, aber wir entscheiden uns jetzt für den Equalizer Late Night. Und sobald der aktiviert ist, wird die Musik noch ein wenig lauter abgespielt. Probiert es unbedingt mal aus. Ich hoffe das Video war informativ und hilfreich. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.